So liebe Leute, ich bin ein bisschen durch den Wind, wir waren gerade eben schön im Saunabereich, nach dem Kackregen von der Gamescom Festivalbühne, haben wir uns das mal dann gegönnt, ey, der Hammer, der absolute Hammer, dann schön über die kalte Dusche sprungen, und ja, da wollte ich nochmal einen Tagesabschlussbericht abgeben, Zimmer geil, Wetter nicht so geil, aber die Leute hier in Köln sind einfach der absolute Hammer, wir waren eben so solid, das haben noch was gegessen, Foto habt ihr ja auf Twitter vielleicht ein bisschen erkennen können, und war auch saulecker, und wie gesagt, alle super, total freundlich und gut gelaunt, deshalb freue ich mich schon dicke auf morgen, wir sind dann morgen schon direkt so ab halb neun, viertel vor neun vor den Toren der Gamescom, und hoffe, dass ich ganz viele Leute von euch treffen werde, bis dahin sage ich einfach mal gute Nacht, schlaf gut, und wir sehen uns morgen, tschüss!